Als die Zeit der Samurai zu Ende ging, wurde aus dem Schwertkämpfer und Berufs-Skiller Bato-Sai ein Landstreicher, der sein Schwert nicht mehr benutzen wollte. In den nach der Meiji-Restauration vergangenen zehn Jahren hat Japan einen neuen Weg eingeschlagen. Oro? Hey, du da! Du bist dieser gesuchte Bato-Sai, nicht wahr? Oro? Ich bin nur ein armer Landstreicher, der ziellos von Ort zu Ort zieht. Ich bin aber auf deiner Wange, deine Schnelligkeit. Du bist es tatsächlich. Du bist es, nicht wahr? Du bist der legendäre Schwertkämpfer Bato-Sai, habe ich recht? Ich habe als Auftragskiller gearbeitet. Ist mir doch egal. Ich habe einen Landstreicher kennengelernt. Kenshin heißt er, soweit ich weiß. Du warst ein Berufskiller, nicht wahr? Die Narben sind deine Kriegsauszeichnungen. Ein Schwert, das das Leben schont. Wie willst du jemanden beschützen, ohne zu füllen? Die wenigen Menschen, die mir wirklich wichtig sind, werde ich beschützen. Auch mit meinem Schwert. Sakabato. Ohne Schwert bist du ein Nichts. Irgendwann wird dir das auch klar werden. Kimura Bato-Sai! Ich werde ihn vernichten! Ich habe meine Vergangenheit ausgelöscht. Ich will kein Blut mehr vergießen. Snell! Sie haben Kaoru! Die Wut über deine Entführung wird ihn wieder zu dem Kämpfer machen, der er einmal war. Kenshin! Kaoru, nein! Lass uns kämpfen, Kimura Bato-Sai. Wenn du dein Leben lieb bist, dann löse den Wann, mit dem du sie verhext hast! Wer einmal ein Killer war, bleibt für immer ein Killer. Wie lange willst du mir noch vormachen, ein armer Landstreicher zu sein? Kenshin, hör auf! Ruhoni Kenshin Untertitelung des ZDF, 2020